Hi, ich bin Philipp, das ist die Gefährdunterricht. Ich möchte heute über Rollen, die Lernende und Lehrende in einer Kultur der Digitalität einnehmen können, wenn sie im Netz lernen. Über diese Rollen möchte ich nachdenken und drei Thesen euch präsentieren. Ich wurde inspiriert durch einen Blogbeitrag von Dejan, der über das Lernen in der Postdigitalität nachgedacht hat und gezeigt hat, dass sich durch eine Kultur der Digitalität ganz wesentliche Dinge in Bezug aufs Lernen verschieben werden. Ich werde ein paar dieser Dinge auch jetzt nochmal kurz aufrollen. Und Dejan hat den Satz geschrieben, dass die Grenzen zwischen Lernenden und Lehrenden fliessend seien im Netz. Und dieser Satz hat mich so ein paar Gedanken angeregt, weil ich ein bisschen darüber erstaunt war, dass man zuerst eigentlich sagt, wenn man ins Netz kommt, dann sind alle Menschen eigentlich Lernenden da im Netz, alle sind gleich, man sagt auch ganz oft, Lehrpersonen, Lehrkräfte müssen sich als Lernende wiederverstehen, wenn sie sich in einem digitalen Raum bewegen. Und dann später schreibt Dejan, aber wer jetzt so eine digitale Identität habe, der könne dann im Netz schnell als Lehrende oder als Lehrende auftreten. Und das hat mich dann so ein bisschen irritiert, wo ich gedacht habe, ja macht uns das Netz jetzt zu Lernenden oder zu Lehrenden oder beides gleichzeitig, wie ist das? Dazu jetzt also drei Thesen. Geh mal aus davon, dass in einer Buchkultur, dass es diese fixe Rollenteilung gibt, dass Lernende darauf angewiesen sind, dass sie Lehrende haben und Lehrende natürlich auch ihre Macht. Das ist so ein ganz alter Foucault-Gedanke, wo Foucault sagt, ja die Macht der Lehrenden ist auch abhängig davon, dass die Lernenden diese Macht akzeptieren. Also Macht im Sinne von Lehrende Regeln, wer sprechen darf, wer welche Medien benutzen darf, wer sich wo hinsetzen darf im Schulzimmer. Sie stehen oft, wie man das jetzt hier auch auf diesem kleinen Icon setzt, während die Lernenden sich hinsetzen müssen, auch in bestimmten Sitzordnungen sich hinsetzen müssen. Also da gibt es ganz viel Disziplin. Das gehört zu diesen Rollen auch so ein bisschen dazu. Entscheidend ist jetzt hier aber, man sieht dann so, mit diesem Rechteck ist angedeutet so ein Medium, auf das die Lehrende Figur jetzt hier zeigt. Und das ist ganz entscheidend, weil in einer Buchdruckkultur ist Wissen und Medien, die Wissen transportieren, die sind knapp und Lehrende haben Zugang zu diesen Medien. Die Unterrichtssituation macht es möglich, dass sie diesen Zugang und das Wissen, was sie haben, weitergeben können an die Lernenden. Und die Lernenden sind angewiesen darauf, weil diese Lehrenden Gatekeeper sind. Sie können das Gate, wie kommt man an die Schulbücher ran, wie kommt man an die vielleicht Diaprojektionen ran, die man im Geografieunterricht zeigt. Die gibt es nur in der Schule, zu der haben nur die Lehrenden Zugang. Sie können auch die Interpretation dieser Texte vornehmen. Sie wissen auch, was das alles bedeutet, weil sie es gelernt haben. Und mit dem Internet ändert sich das natürlich. Also das Wissen ist im Netz, könnte man gewissermaßen sagen. Und das bedeutet zunächst, dass im Netz alle Lernende sind. Also wenn wir uns über ein bestimmtes Thema informieren wollen und genau wissen wollen, wie etwas ist, dann müssen wir im Netz recherchieren. Natürlich gibt es auch Bücher, die im Netz abgebildet sind, aber es werden nie nur Bücher sein, sondern die Bücher sind digitalisiert worden. Die werden überlagert noch von anderen digitalen Quellen. Und wenn wir uns informieren wollen, dann sind wir Lernende und wir werden auch nie sagen, ja, ich habe das ganze Internet gelesen, jetzt weiß ich alles. Das hat mir nichts mehr zu geben, sondern ich bin ständig in der Rolle. Ich weiss vieles noch nicht. Ich kann noch mehr darüber etwas lernen, wenn ich mich im Netz bewege. Lerkmoor, das ist so ein alter Satz, der bei mir hängen geblieben ist, wo man informieren Menschen, die gewisse Dinge nicht verstanden haben, die vielleicht auch gefragt haben, als Ratschlag einfach gegeben hat, Lerkmoor. Schauen muss, wo man so in eine Art, ja, zuerst eine Lernphase überhaupt einschalten muss, bis man versteht, wie man das macht. Und dieses Lurken, also einfach mal da sein, Dinge auf sich wirken lassen, zuschauen, wie machen das andere, die sich damit auskennen, das gibt es eigentlich auf jeder digitalen Plattform, dass man sagt, wer da neu hinkommt, als Novizin, als Novize, die sollten sich zunächst einmal einfach bei den anderen abschauen, wie sie das machen. Also es geht nicht nur um Wissen, sondern es geht ganz stark um mediale Verfahren, wo man in der Rolle ist, ich komme da hin und alle anderen wissen schon, wie es geht und ich weiss es noch nicht. Und dann lerne ich jetzt neu, wie es neu funktioniert. Und das kann man jetzt eigentlich in jedem Bereich beobachten, dass die Kultur der Digitalität Praktiken verändert hat. Also wenn ich mal so ein bisschen vielleicht unerwartete Beispiele nehme, wenn ich jetzt so die Poker- oder die Schachwelt nehme, dann gibt es im Online-Schach und im Online-Poker einfach andere Verfahren, andere Regeln. Und das hat dazu geführt, dass die guten Spielerinnen und Spieler zuerst sich wieder neu orientieren mussten, wie läuft das im Netz. Teilweise hatten die keine Chance mehr gegen die Spielerinnen und Spieler, die im Netz gelernt haben, Schach oder Poker zu spielen und sich zuerst wieder anpassen mussten. Und dass diese Netzkultur auch zu ganz vielen Lernzwängen oder Lernmöglichkeiten auch auslöst, das ist so der erste Schritt. Und das betrifft grundsätzlich alle deshalb auch Lehrende werden zu Lernenden im Netz. Die zweite These ist, dass Lernende sich im Netz Lehrende aussuchen können. Also wenn ich irgendwo bin, dann sind da Personen, die Dinge besser können als ich. Und ich kann, das ist ein persönliches Lernnetzwerk, die Abkürzung da mit PLN, ich kann Fragen stellen. Also ich kann Menschen fragen, wie hast du das gemacht? Kannst du mir etwas zeigen? Kannst du mir sagen, wo ich noch weiterlesen kann? Und dann übernehmen eigentlich andere Personen im Netz temporär die Funktion, dass sie etwas lehren. Und das kann dann auch wieder aufhören. Also ich kann mir auch einen YouTube-Kanal aussuchen und dann kann ich so ein paar Schminktipps mir abschauen und dann finden, nee, so will ich gar nicht mehr geschminkt sein. Ich gehe jetzt zum nächsten Kanal oder Schminken interessiert mich gar nicht mehr. Ich lerne als Poker. Und dann gehe ich in die Pokerschule. Und ich kann mir aber eigentlich auswählen, bei wem ich das lernen will. Also in Deutschland haben beispielsweise im letzten Frühjahr, gibt es jetzt zwei ganz große Schachkanäle, wo ich Schachspielen lernen kann, weil das einen Boom ausgelöst hat. Erstens der Lockdown, zweitens Queen's Gambit auf Netflix. Und jetzt kann ich mir bei unterschiedlichen Großmeistern oder Meistern, kann ich mir abschauen, die haben so Tutorial-Kanäle aufgebaut. Und ich kann mir aussuchen, bei wem ich es lernen will. Ich will es vielleicht auch gar nicht bei einem dieser Meister lernen. Vielleicht kenne ich einen, der Englisch spricht und der macht es viel besser oder ich möchte mit dem Programm lernen oder Programm lernen. Und so kann ich mir aussuchen, wo ich etwas lernen möchte und wen ich als lehrende Person akzeptiere. Und die Verhältnisse sind aber temporär. Es sind weniger große Machtstrukturen. Also wenn ich jetzt hier vor dem Rechner sitze, dann gibt es niemanden, der mir sagt, wo ich mich hinsetzen soll oder wann ich sprechen darf oder nicht, sondern es ist mehr ein Lehr-Lern-Verhältnis auf Augenhöhe. Natürlich gibt es weiterhin Machtprozesse. Also ich kann jetzt nicht einen Großmeister im Schach dazu zwingen, mir zuzusehen oder mich zu beraten kostenlos, wie ich jetzt Schach spiele. Das alles geht natürlich nicht, aber es sind andere Machtverhältnisse, könnte man vielleicht sagen. Jetzt die dritte These ist, das Lernen der auch zu lehrenden Werden. Also wenn ich jetzt denke, ich habe im Schachspiel irgendwas besonders gut verstanden, was jetzt keinesfalls der Fall ist, dann könnte ich sofort meinen eigenen YouTube-Kanal eröffnen und dort meine super Schachtipps bekannt geben oder ich könnte vielleicht auch meine grössten Schach-Fails irgendwie ausstellen. Also ich kann aus allem irgendwie die Möglichkeit machen, dass ein Lehrangebot daraus entsteht und mich beeindruckend besonders, ich habe kürzlich einen Aufsatz geschrieben, ich werde dann auch unten vor der Linken einen Aufsatz über TikTok, wie dort erzählt wird. Und da gibt es eine Schauspielerin, die heißt Kelly Erdmann und die macht immer wieder so ganz innovative Formate von Tanzchoreografien, die sie dann auch mit Videoschnitt überlagert. Und Kelly Erdmann macht immer wieder so Tutorials auf TikTok, wo sie erklärt, wie sie das gemacht hat. Ganz generell kann man das auf TikTok beobachten. Die Leute zeigen mal, was sie können und das sind virale Videos oft, bei denen so Techniken eingesetzt werden. Und ebenso beliebt sind dann aber auch die Videos, in denen sie zeigen, wie sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Also alle diese TikTok-Accounts, da kann man, wenn man das gut kann, kann man automatisch auch in die Rolle der Lehrerin oder des Lehrers schlüpfen. So ist es eigentlich mit allem, was Menschen im Netz können. Sie können Lehrangebote machen, die andere wahrnehmen können, wiederum im Sinne von TZ2 oder natürlich auch ablehnen können. Also zunächst werden alle zu Lernenden. Sie suchen sich dann temporäre Lehrverhältnisse aus und sie können aber auch selber diesen Rollenwechsel vornehmen. Das alles ist fluide. Es ist nicht so, dass es ein Stadium 1, 2 oder 3 gibt, sondern je nachdem, worum es geht und was der Kontext ist, wird das Ganze dann abgewechselt. Und vielleicht abschließend muss man noch dazu nehmen, dass Stahl das Prinzip in der Kultur der Digitalität hier auch greifen. Das ist also die Referentialität, also dass da wieder Rückverweise stattfinden, also dass ich ein referenzieller Lernender oder ein referenzieller Lehrender sein kann, indem ich jetzt hier in diesem Video beispielsweise auf YouTube-Kanäle verweise oder auf Dejan verweise oder auf Felix Stalder verweise, mache ich natürlich diese Referenzen. Zweitens Gemeinschaftlichkeit, also dass das Lernen von Communities ausgeprägt wird, aber auch Lehrende unter sich Communities bilden, die gemeinschaftlich im Netz agieren. Und drittens, dass Algorithmen eine große Rolle spielen. Also ich kann mir auch vornehmen, von einem Algorithmus was beigebracht zu bekommen. Die bekanntesten Beispiele sind vielleicht Duolingo, wo Sprachen oder Sprachlehrer, dass das eigentlich Programme sind, die mir nach bestimmten Verfahren immer wieder Sätze und Vokabeln vorsetzen. Ich habe jetzt noch einen kleinen Bonusteil vorbereitet. Also das war es jetzt eigentlich mit den Thesen, die ich präsentieren wollte. Im Bonusteil möchte ich noch ein Beispiel vorführen, das mich sehr begeistert. Ich habe kürzlich auch gebloggt dazu. Auch den Link findet man unten. Aber das Wesentliche kommt hier vor. Das Beispiel ist Brilliant.org. Brilliant.org bietet Kurse an, mit denen man Mathematik, Logik, Informatik lernen kann. So Einführungskurse, die sehr unterhaltsam gemacht sind. Immer wieder so Multiple-Choice-Fragen stellen und so mit vielen Beispielen auch operieren. Die Kurse sind sehr, sehr gut. Ich nutze aber oft einfach nur die täglichen Rätsel, weil jeden Tag schalten die MacherInnen ein Rätsel auf. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das ist das heutige Rätsel. Also ich stelle es kurz vor, für die, die es im Kopf mitmachen wollen. Man hat X ergomässige Polygone. Die haben also N Seiten. Also oben, wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt, ich sehe jetzt nicht genau, wie viele es sind, etwa 10 Dreiecke. Also X wäre 10, so viele Dreiecke wie da sind. Und die haben jeweils drei Seiten. Jede Seite ist eins lang. Und das gibt dann so eine Reihe von Dreiecken oder Quadraten oder regelmässigen Fünfecken. Jetzt die Frage ist, wie gross ist der Umfang der resultierenden Form? Also diese ganze Form mit Dreiecken, die wir haben, wie gross ist ihr Umfang? Natürlich kann ich das jetzt auszählen, aber ich müsste dann auf der rechten Seite als Formel angeben. Also wenn ihr das jetzt noch im Kopf machen möchtet, dann geht vielleicht auf Brilliant oder vielleicht auch mit Notizen machen möchtet. Geht auf Brilliant oder stoppt mal hier kurz das Video. Dann könnt ihr es euch ansehen und vielleicht kommt ihr auf die Lösung. Eine, die ich gewählt habe, ist nicht die richtige. Wahrscheinlich habe ich es jetzt schon ein bisschen gespoilt. Ja, ich entschuldige mich. Ihr hättet vorher abspringen müssen, wenn ihr es wirklich hättet machen sollen. Ich sehe jetzt, dass die richtige markiert ist. Ich entschuldige mich. Jetzt löse ich das falsch vielleicht. Und dann sehe ich aber unten 59 Personen diskutieren Erklärungen. Und wenn ich da weitergehe auf Brilliant, dann sieht man, da haben UserInnen Lösungen eingestellt. Also hier sieht man zum Beispiel, was ist überhaupt der Umfang? Der Umfang ist halt die Zwischenstriche, die zählen nicht, sondern wirklich nur das Drumherum. Das sieht man in dieser Darstellung sehr schön. Ein anderer User hat jetzt hier, ihr seht rot markiert, dass diese Striche da ganz, ganz wichtig sind. Die Aussen, weil die plötzlich von den äusseren Polygonen zählen jeweils, zählt jeweils eine Seite mehr. Also ihr seht in den inneren Fünffäcken, da zählen jeweils nur drei Seiten. Bei den äusseren zählen vier Seiten. Also deshalb müsste man bei jedes Mal noch zwei dazuzählen. So was sieht man hier. Hier hat jemand das von Hand auf auch aufgeschrieben. Also man sieht, wer da lernt mit Brilliant. Also ich lerne da jeden Tag und ich könnte durch die Plattform, wie sie gemacht ist, auch in die Rolle eines Lehrers schlüpfen und anderen erklären, wie ich das gemacht habe. Das mache ich jetzt gar nicht und man kann wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass ein kleiner Teil der Menschen als Lehrende im Netz aktiv werden, aber sie könnten es. Also häufig gibt es so diese 90-9-1-Regel, dass man sagt, 90% der Menschen lurken im Netz, also schauen sich Dinge an, 9% kommentieren oder liken und 1% wird wirklich als kreativ aktiv. Also die Leute, die jetzt hier Lösungen einstellen oder die Lösungen diskutieren, das sind wahrscheinlich 10% diskutieren Lösungen, 1% stellt selber Lösungen ein, höchstens, um so einen Rahmen dafür anzugeben. Das war es zu meinen drei Thesen. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne oder Ergänzungen, Korrekturen, Kommentare, dann freue ich mich sehr. Ich werde das Ganze wahrscheinlich auch noch kurz als Blogpost aufschreiben und freue mich, wenn ihr da mitlest und mitdiskutiert. Danke sehr und bis bald. Danke sehr und bis bald. Vielen Dank.